So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. So, und hier müsste dann das andere Buch sein. So, jetzt glaube ich das. Oh, Kisten! Eta, alles klar. Au. Halt, wir hauen gleich Bio drauf. Das funktioniert nämlich sofort. So, erst mal klauen, Expotion. Darauf bauen wir mal drei. Ähm, Phönix-Feder, bitte. Ähm, kann ich halt nicht was basteln? Schauen wir doch mal. Handgranate. Handgranate. Mit... Äh... Polarwind. Polarwind. Kalter Schnee. Au. Salto-Heat. I've been saving this one for you. Super. Jetzt kamen die anderen noch nicht mal zur Sache. Super. Blindreif. Okay. Ähm, ich glaube, ich sehe schon das nächste Zeichen. Das nächste Bandbuch oder so auch immer. Albert Band 17. X zu Q. Okay. Aber ich finde, ehrlich gesagt... Hey, da ist was. Ähm... Ja, super. Der Sandwurm. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob ich den angreifen soll. Meine Möglichkeit wäre es. Ähm... High Potion auf Rekopita. Einmal den Kraftbrecher. Dann tauscht Suits mit Kimmaui, bitte. So, Wunderhieb, bitte. Kiku tauscht mit Wakka. Dann macht es seine Extase, Tombola, Elemente. Das war mal wieder nichts. Okay, Kimmaui, du warst mit deiner Extase jetzt noch. Bio, bitte. Wacker, du tauscht mit Kimmaui. Er soll auch mal seine Extase machen. Äh... Flammen. Dann spucken, Sprung, Nasshoch... Ich versuche mal den Perseus-Atem. Super, hat mir nichts gebracht, weil der Immun dagegen ist. Yippie-i-yeah. Eistrohr. Okay, Maui, du kannst jetzt gar nichts mehr machen. Dann nehme ich jetzt mal wieder Tidus mit ins Team. Der macht einen Retard-Typ. Und Aonu, du greifst an. Einsaugen. Schon wieder einmal. Ja, dieser Gegner ist echt zum Kotzen. Mit Yuna wäre das viel einfacher. Eistrohr. 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 Raus. 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 Ich weiß gar nicht mehr, wie viel er hat. Eistrohr. Du weißt aus, das ist immer gut. Eistrohr. Oh! Hey, Julio ist eins weiter hochgestiegen. Das ist schön. Wunderspürt. Vier. Okay. Hier stehen ja gleich zwei Kisten. Ja, tausend Gürle halten. Oder zehntausend? Zehntausend waren es, glaube ich. Level zwei Spurpasser halten. Oh yeah, noch einen. Nöööö. Oh, äh, Waka, mach mal, ähm, einen Blindschock. Für eine Runde, na super. Dann machst du einen Blinddieb, bitte. Hat wohl nicht ganz so geklappt. So, Riko macht jetzt erstmal die Truhe auf. X-Potion. Oh yeah. Waka, du tauschst mit... Lulu. Die soll mal wieder Bio machen. So, how shall we do this? Oh, und du tauschst mit Tidus. Miss me? Oh, Lulu. Komm raus da. Goh! Ha! Na, na, na. nodrup. Ha! Ja, okay. So, was haben wir jetzt hier noch alles? Das ist auf jeden Fall noch ein Weg, ne? Aaaaaah! Wieder der Sandwurm, okay, ähm, Rico, klaue erstmal was. Nein, nicht du, du! So, Tidus. Und tschüss. Ist hier noch irgendwie was drin, auf der anderen Seite vielleicht? Nein. Das ist doch wahnsinnig. Und tschüss. Okay, dann gehen wir dann in den nächsten Bereich. Oh. Okay. Item Phoenix, Feder. Schon wieder? Äh, halb hauschen, anstauen, ja super. Und tschüss. Boah, diese Monster, ne? Ah, man ist noch eins aufgestiegen, nicht aufgestiegen, super. So, ich sehe da eine Kiste. Okay, eine andere Maschine. Boah, das gibt's heute nicht, ey. Item-Phoenix-Feder. Sonst hat es zu nirgends Team kommt, ey. Aber definitiv. So, jetzt mach ich erst mal, ähm. Äh, eine Mega-Potion wieder umbescheuert jetzt. Einmal eine High-Potion auf Auan. Der schmeißt gleich mal am besten eine hinterher. So, auf Rico. So, klauern. So, du holst den Nächsten mit jemand anderem ins Team, damit der auch eine High-Potion schmeißt. Die Augen-Erfahrungspunkte. Katja. Komare, du tausch jetzt bitte mit Waka? Die sehen wir. eine High-Potion auf Lulu, bitte. So, und Klauen. Okay, High Potion, viermal. Feuerlanse, Elektroarm. Hier ist auch bestimmte Kiste. High Potion mal acht. Und hier soll auch irgendwo noch eine Marke sein, die ebenfalls wichtig ist. Ach komm schon. Eine High Potion für sie selbst. Äh... 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 So, einmal Reku, bitte. Und Klauen. Und Klauen. Stromreif. Schön. Ah ja, genau. Jetzt soll ich erstmal Items um mich schmeißen, mal wieder. So. Man, die Kiste komme ich nämlich nur durch, wenn ich den Gegner dabei besiegt habe. Und Klauen. Und Klauen. Und Klauen. Und Klauen. Ich kann nur durch Kern spucken, glaube ich. Kern-Dauer-Spucken. Ah ja, genau. Feuere! Feuere! Kumbaui. Angriff! Was? Oh, Kumbaui, ey. Angriff hast du jetzt selber gehauen damit, ey. Feuere! Meine Kiste. Finalelixier mal drei. Okay, gut. Wir machen hier weiter im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao! Mal.